Ich weiß, ich hab mich falsch verhalten und ich hab dich auch nicht zum ersten Mal in eine peinliche Lage gebracht. Und wenn man die Winkelmaße eines rechtwindligen Dreiecks zusammenrechnet, dann ergibt es so... Hey, mach nächstes Mal die Dusche sauber, wenn du dir die Beine rasiert hast. Das sieht aus wie ein Teppichfußboden.